hallo hier ist martin von money monkeys das die dachsanalyse für nun donnerstag den 14 dezember 2023 und falls ihr nicht erkennt der olle jérôme paul hier der hat beim plätzchen backen hier eine ordentliche rakete zusammen gebastelt jetzt chef der us-notenbank hat ein schönes raketchen gezündet im dachs noch mal zum abend hin und hier natürlich auch die trendfortsetzung aktiviert das muss man ganz klar sagen wir hatten uns ja gestern schon ein bisschen darüber unterhalten mit ja es riecht ein bisschen nach short und rote tageskerze und ich habe euch aber eben auch gesagt dass mir das noch nicht reicht ich ich will von ihm eben auch sehen dass er jetzt die 37 unterbietet und nicht mal das ich habe sogar noch euch erinnert euch an die skizze die wir gemacht haben das immer ein bisschen in den seminar stoff reingegangen aber ich gezeigt wie trete ich sowas habe ich gezeigt ich würde zum beispiel abwarten bis er auch unter der 37 tatsächlich drunter ist und dann sich mal abstößt oder irgendwie sowas das hat er nicht getan da ist er nicht runter gekommen ich habe aber auch mitbekommen dass das einige ganz schön ich würde nicht sagen getriggert hat aber das haben viele es kamen viele rückfragen dazu was ich was ich da erklärt habe und ich kann euch wirklich das noch raten wir haben vom seminar eine aufzeichnung also wer da wirklich interessiert ist in dieses wie trete ich es denn einfach ich oder speziell ich persönlich wie mache ich das und wie machen das die leute die bei uns schon länger dabei sind die zu uns gesagt haben hey ich mache es mittlerweile so das klappt noch besser wie das was du mir gezeigt das sind ja auch sachen die wir immer wieder so in die seminare mit reinpacken und rauf nehmen überlegt euch einfach ob ihr das euch nicht einfach zu weihnachten dann vielleicht gönnt oder euch schenken lasst oder wie auch immer ist jetzt eine gute zeit wo man sowas auch mal mit platzieren kann müsst ihr einfach nur bei uns auf die seite money-monkeys.com da könnt ihr das schon fast gar nicht übersehen wenn ihr euch dann dort registriert habt und bei euch und bei uns in der hauptmaske seid im seminar aufzeichnung wer nicht so fragt uns da im chat wir können euch das reinhängen aber wen sowas interessiert das ist eigentlich nicht empfehlenswert zu versuchen aus den morgenanalysen zu lernen weil das das machen wir auch im seminar wie macht man so eine morgenanalyse wie 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 kommt man auf die linien warum wie die pfeile ich erinnere immer nur daran dieses bild hier im tageschart haben die seminarteilnehmer gezeichnet da vergesst es auch nicht also das was wir gesehen haben mit diesem nach oben rumschlagen und da und hier unten noch mal rein und channel raus und weg die pfeile hier das hatten alle seminarteilnehmer nach dem september seminar gezeichnet und das ist letztendlich auch in der aufzeichnung noch drin also wer da sich also a der tagesblock für die für dies für das charting eigentlich also wie charte ich richtig wie ziehe ich meine linien wie weiß ich bis wo in dem markt laufen kann und sowas das ist damit drin aber eben auch dieses ganze was wir gestern angerissen haben und ich wollte eigentlich ja bloß ein bisschen helfen was ich würde jetzt ein bisschen ich euch mitgeben und da glaube ich da mehr verwirrung gestiftet wie nutzen vielleicht hat es auch manchen einfach geholfen aber manche mehr leute da eher ein bisschen schwierigkeiten mit hatten das um zu anzuwenden weil es jetzt einfach mal was anderes war wie das was wir besprechen hier mit hoch runter und tief und so weiter und so fort weil es eben auch ein konkretes top loss und konkrete einstieg geht aber das ist halt wirklich seminarstoff also das ist das how to dieses die ich sag mal dass das abc das 1 plus 1 abc ist für mich das zeichnen und 1 plus 1 ist dann wie trade ich richtig wie baue ich ein setup auf wie wo setzt ich meine stop loss in welche richtung gehe ich denn geht long die short wann gehe ich denn long man geht das ist für mich so basis wissen und dafür haben wir das seminar das machen wir eher unregelmäßig so ein bisschen auf zuruf manchmal zweimal im jahr manchmal einmal ja manchmal gar nicht aber ich glaube das gab es auch bloß ein jahr und mal vor ort mal seminar aber das ist wir haben dann nicht so richtig dass man einfach so auf zuruf was aber das hat diese online aufzeichnung und sich halt einfach buchen kann und der vorteil daran dass man kann das hoch unterhand gucken so oft und lang wie man lustig ist und kannst immer wieder wiederholen zurück wenn man was nicht verstanden hat wenn man es nach dem zweiten mal dritten mal hören vielleicht auch nicht verstanden hat einfach uns eine mail schreiben wir antworten hat das also was ich sagen will wir bei sowas wirklich sich oder gemerkt hat dass einem das hilft und dass man da vielleicht ein bisschen tiefer reingehen sollte dann überlegt euch das ist so gesehen nicht viel geld für das was manche leute hier die ganze zeit verbraten einfach weil sie es nicht können das basiswissen dieses abc und dieses 1 plus 1 weil sie einfach in der schule oder im elternhaus keiner gezeigt hat und ist ja so es bringt einem halt einfach keiner bei ja jetzt musst du dir halt an anderer stelle holen musst du auch Seminare für machen und hier wie heißt es denn lizenz lehrgänge und ach wie heißt das was habe ich hier zertifizierung und und diesen ganzen plotter muss man auch erst ran holen aber auch viel von anderen gelernt selber natürlich auch und gibt das natürlich dann auch weiter aber punkt ende aus jetzt sonst wieder lang ohne dass man wieder tatsächlich über eine andere sie gesprochen haben wir waren hier stehen geblieben dass der dachs jetzt um rausgerissen hat und das ist jetzt sehr sehr interessant weil das ist schon ordentliche platzer kerze hier und vor allen dingen ist es eigentlich so eine kerze die hier sagt hey der trend der geht noch ein paar hundert punkte und da bin ich wirklich gespannt wie das zum donnerstag ausgeht weil die donnerstag am dachs sind ja eher dafür bekannt dass sie mal richtig ausrasten auf beiden seiten und gar nicht so in eine trendrichtung also wäre das jetzt hier eine vorlage für den mittwoch dann würde ich sagen aber leute lasst den oben raus laufen der rentiert 500 punkte am mittwoch aber da ist ein donnerstag ist bin ich übelst gespannt was sind das jetzt hier für eine für eine show wird weil ich sag mal aus der konstellation heraus auf einen donnerstag und dann auch noch vorm verfallstag der letzte donnerstag auf dem großen verfall im dezember ist das eine ganz interessante mischung und der mittwoche war schon sehr spektakulär ich bin sehr sehr gespannt was da zum donnerstag zu bieten ist weil unser dachs aus einer solchen situation heraus machen könnte dass er oben noch mal ein stich macht wirklich die letzten chaos bereinigt so 69 17.000 vielleicht sogar an rammt irgendwie so in den bereich rein stellt dann stehen bleibt umdreht eine rote stunden kerze wirft und dann diese ganze prühe inklusive dem was jetzt über die feld mit rein kam nach unten abrennt dort drunter hackt unter die 7 25 drunter hackt stehen bleibt umdreht grüne stunden kerze stellt und wieder zurück rennt das kann ein dachs auf solche situationen bringen und deswegen bin ich ultra gespannt ob er das dann liefert weil das wäre natürlich ein reinstes also es wäre schlaghafen land der so viele punkte kann ja gar nicht machen sonst mehr punkte gemacht wie wie im trend aufhärt wenn er das so ausspielt und das signalgebende für diese bewegung oder für dieses einleiten dieses typischen verhaltens denkt dran ich beschreibe immer nur was der dax typischerweise ist keine garantie dass das so kommt ich bin kein hellseher ich kann nur sagen wie der dax typischerweise auf sowas reagiert aber muss es nicht so prägt aber wenn dann wird hier oben eine stunden kerze stellen und dann können wir diese rote stunden kerze zum beispiel für einen short nutzen ja ich habe das gesagt wirklich ich habe das gesagt hier oben könnte man eine rote stunden kerze dann in dem bereich hier oben könnte man eine rote stunden kerze tatsächlich für einen short nutzen sollte sie aber auch über dem hoch dann absichern warum sollte man sie über den hoch absichern nimmt der dax das nicht an dieses boom 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 szenario kann einfach oben raus rennen und war wie ein bekloppter und kann bis 17.021 sogar donnerstag freitag noch ankommen ja weil vielleicht sogar bei 17.000 alle wieder anfangen schutz zu kaufen weil sie sagen der ist jetzt aber weit gestiegen da geht immer short nachher dann noch bis januar weiter das kann da dann glaubte man nicht der muss irgendwo umdrehen muss er nicht muss er nicht und deswegen bin ich sehr gespannt wie das wird aber ich glaube er hat er hat die die chaos raus hat uns dann rote stunden kerze hinterher und gibt dann wieder um und wenn er dann umkippt passt auf dass er nicht ersten seite die da drin und long rumfummeln weil wie gesagt er kann die ganze gute bis unter das fett tief bis unter die 7 25 wieder runterfallen das kann er an einem donnerstag bringt deswegen wäre es sehr vorsichtig wichtig wird von oben ohne frage bereich 840 820 800 das ist support bereich der kann von oben also dort auch aufprallen und wieder hochdrehen dreht aber dort nicht hoch oder verkümmert dieses aufdrehen von 800 840 muss damit gerechnet werden dass das hier einmal drunter gehackt wird weil das hat jetzt den reiz das hat jetzt den reiz dieses geld was hier reingekommen ist zu pranken also zu bloß zu stellen unter druck zu bringen ins handeln zu bringen und wenn wenn der markt geld ins handeln bringt dann erzeugte transaktionen transaktionen erzeugen gebühren freuen sich die bank ist wieder alles fein dürfte nie vergessen es funktioniert börse und von daher würde ich da ein bisschen darauf achten also guckt euch wirklich die bereiche hier an und auch dann da unten drauf achten nicht nicht den kopf verlieren ich denke mir die ganze welt geht zugrunde der dreht wahrscheinlich von dort dann auch wieder hoch halt das muss man so aber dort eben dann signalgebend auch auf die grüne kerze achten genauso wie man hier oben die rote h1 braucht h1 nicht h2 sondern eine stundenkerze eine grüne stundenkerze unten rote stundenkerze oben die kann dieses schaukeln in den gang bringt manchmal ist es wirklich so einfach natürlich nicht immer es klappt auch nicht immer aber das wäre so ein typisches donnerstagsextrem was hier jetzt eigentlich schön auf die situation passen wird ich würde mich sehr freuen wenn das so bringt und nicht irgendwelches langweiliges zur seite rum gestehen ansonsten sind die ziele klar 69 17.000 hier oben als nächste anlaufstelle ja darüber dann die 17 21 17 1200 auch nicht vergessen wegen tagesschau dass die wichtig und unten ist ja auch alles unverändert da gibt er die bude komplett um 7 25 wichtig 6 70 wichtig aber wie gesagt guckt so ein bisschen auf diese schwankung sind der intensität dieses hoch drehen runter drehen diese stundenkerze h1 wirklich ein bisschen im blick behalten das sind so typische der hat einfach auch so typische zeitfenster wenn dir das reinläuft also das vormittag hier das hoch einstechen dann auf 15 30 das tief das wert zum fast nachzu perfekter ablauf ja wir gucken mal aber das ist eine schöne 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 mischung heißt aber eben auch so lange grüne stundenkerzen kommen würde ich persönlich auch kein short zünden ja also er muss halt auch wirklich umdrehen und dann muss es doch bloß da drüber und wenn er das wegräumt dann dann muss ich dann ein short drin ich muss nicht auf eine grüne stundenkerze hier drin short steht muss ich nicht haben ja das sollte klar sein ja also bereich hier auf dem so 39 69 17.000 da muss er rein und dann könnte das gegebenenfalls klappen wäre typische situation könnte ich mir gut vorstellen macht was draus macht was draus und denkt nochmal hier wegen seminar aufzeichnung also ich glaube manchen würde zu geschäfen und man muss es immer ins verhältnis setzen klar kostet bisschen geld aber als ich sehe was die leute mal verbraten halt auch leute die eben nicht das seminar sich geholt haben und gesagt wenn sie probieren das mal ohne und dann puff sind 5000 euro weg weil sich irgendwo 1000 euro gespart haben es ist dann aber ein bisschen unnötig halten die wären vielleicht in dem fall dann eben nicht weg gewesen dann hätte vielleicht sogar noch was drauf gab jetzt 5000 euro vielleicht verlust die erspart und noch was on top gehabt ja und na gut egal ihr seid alle erwachsen können eure eigene entscheidung treffen ich muss niemanden überreden muss niemand machen aber gerade die die sich für sowas wirklich interessieren wie ich das konkret umsetzen dafür ist das perfekt da haben wir die zeit da gucken uns das im detail an und an konkreten beispielen und das ist einfach besser wie hier über die morgen analyse immer man kriegt das kompakter und von vorne bis hinten von a bis z von 1 bis 100 plus minus mal durch alles erklärt nicht immer mal hier ein bruchstück und da ein bruchstück und dann falsch zusammengesetzt das ist dann das dann auch morgens er kann ich mir ein bisschen selber dass das gestern gezeigt habe wenn es dann falsch umgesetzt wird er kriegt mich halt auch naja im konkreten fall war heute eine 67 short und ist hier oben raus geflogen das haben wir überhaupt das habe ich gar nicht gemeint dass das das haben wir auch nicht gesagt aber es wurde so rausverstanden gestern das ärgert mich dann manchmal ein bisschen aber gut ich mache hier zu ich wünsche euch was wir hören uns morgen wieder bis dahin tschüss bis dahin tschüss